Hey Leute, Leute, willkommen zu meiner Folge von Goldstars! Ich habe noch nicht wirklich viel darüber geredet, aber diese Powerplay-Season habe ich ein Ziel. Die letzten zwei Seasons liefen ja okay, da habe ich 900 Punkte ungefähr geholt. Das ist okay, das ist aber auch nicht wirklich gut. Und für diese Season will ich wirklich das nächste Level erreichen und ich will mindestens 1000 Powerplay-Trophäen erreichen. Die Leute, die gar keine Ahnung haben, Powerplay ist quasi so eine Art Turnier-Modus, das dauert 14 Tage und man hat pro Tag drei Partien. Wenn man gewinnt, bekommt man Trophäen und das Krasse ist, wenn man gut abliefert, kriegst du als Belohnung am Ende der Season Star-Punkte. Und mein Ziel sind ja 1000 und für 1000 würde ich am Ende 3000 Star-Punkte kriegen, was ziemlich, ziemlich cool wäre. Aber wir sind aktuell auch ganz okay dabei, es läuft jetzt echt nicht schlecht, falls ihr euch fragt, was ich anders gemacht habe. Ab dem dritten Tag habe ich angefangen, mit Leuten aus dem Club zu spielen und, da habe ich gestern schon drüber geredet, ich habe angefangen, Statistiken zu benutzen. Denn es gibt haufenweise Statistiken, welche Brawler auf welchen Maps gut sind. Und da habe ich mal angefangen, mir das ein bisschen genauer anzugucken. Und falls ihr euch übrigens mal meinen Kanal genauer angucken wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Mein Ziel bis zum Ende des Jahres sind die 111.111 Abonnenten, ist einfach eine coole Zahl. Und falls ihr mich da unterstützen wollen würdet, wäre das ziemlich cool. Die Hälfte der Zuschauer von diesem Video haben meinen Kanal noch nicht abonniert. Das heißt, falls ihr eine der Leute seid, die noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denn für diese Map in Starkampf, denn aktuell ist Starkampf ein Powerplay, da habe ich noch alle drei Partien über, haben wir die Map Akute Gefahr. Und auf dieser Map, Statistisch, ist der sehr gut Gene, Leon, Carl, Sandy und Crow. Interessant übrigens auch die Nutzungsrate, dass Crow und Leon sind beide sehr stark dabei, also wir werden auf jeden Fall Leon und Crow in der Partie haben. Und ich habe weder die Star Power von Gene, Leon oder Crow. Das heißt, ich kann Sandy und Carl wählen. Und das sieht aus wie viel Nahkampf. Deswegen wähle ich mal für die erste Runde Sandy. Ich habe Sandy schon ausgewählt. Ich mache vorher aber kurz eine Testrunde auf einer anderen Map, nur um mit Sandy ein bisschen reinzukommen. Starkampf ist halt auch zum gewissen Teil ein bisschen Glück leider. Habe ich ja schon oft drüber geredet. Nur zum gewissen Teil, es geht natürlich noch sehr viel um Skill, halt Gegner abzustauben, wenn man so will und sich gut zu positionieren. Ja, da haben wir schon mal einen Crow, ist auch schon mal ein guter Test. Und da haben wir einen Leon im Busch, okay, ja. Wenn es jetzt zum Beispiel eine richtige Runde wäre, wäre ich richtig, richtig sauer, weil da unten ist ein Bow, im Busch darüber ist ein Leon und die greifen sich nicht an. Die chillen einfach im Busch nebeneinander, ohne auch nur einmal aufeinander zuzulaufen. Und das ist ja so wack, das ist richtig, richtig wack. Ach, das ist ja so räudig, das ist ja so räudig. Gut, dass ich eine verdammte Testrunde gemacht habe, denn der Modus kann einfach so räudig sein, wenn einfach in jedem Busch einfach jeder hockt. Ah, komm, wir machen jetzt die richtige Runde. Komm, let's go. Drei Partien haben wir. Bitte nicht komplett versagen, bitte nicht komplett versagen. Nicht in der Reichweite, Leute, ich hasse dich, Crow. Ich hasse dich, Crow. Oh, Crow, Crow, ich hasse dich, du nervst mich doch einfach. Crow, Crow, du hast keine Chance, mich so... Okay, die Runde ist jetzt schon kacke, weil der Crow, der hat keine Chance, mich so zu killen. Das Einzige, was er machen kann, ist, mich zu nerven. Oh, oh, double kill, double kill. Der Crow immer noch, hat noch nichts gerissen, mich bis jetzt nur genervt. Okay, da oben ist jemand gespawnt, ich muss mal kurz abhauen. Wird der Schaden macht, wird der Schaden macht, wird der Schaden... Da war jetzt zu viel auf einmal, da war jetzt zu viel auf einmal. Da waren Kills möglich, aber da war zu viel auf einmal. Aber ist okay, ist okay, wir sind aktuell noch im Rennen. Vierter, wir werden mit vier Punkten wahrscheinlich nicht allzu hoch bleiben. Wir werden gleich bestimmt droppen, wenn wir da links... Oh, ein 2, kann ich den? Nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Oh, nee, 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 nee. Das war einfach nur Glück von ihrer Seite aus. Da ist ein Colt, Hello. Komm, Colt. Komm. Alter, Colt, was soll das? Verreckt doch, jetzt kommt der Leon und zinkt. Das schmeckt sich, ja. Komm. Oh, ich kann nicht den Last machen. Ich mach's mal so. Gut, vierter. Wir sind noch drin, wir sind noch drin, wir sind noch drin, wir sind noch drin, wir sind noch drin. Alles gut. Jetzt. Der war immun, der war immun! Noch geholt, noch geholt. Aber dass die Immunität so lange ging, war richtig dumm. Okay, ich werde den vierten Platz nicht halten, mit neun. Unwahrscheinlich. Ich muss kurz noch einen Jump machen, ich muss noch irgendwie... Ja, fünfter. Fünfter. Ist okay, es gibt plus 20, glaube ich, plus 22. Aber da war mehr drin, da war mehr drin, plus 22, ja. Als ob Karl da stark ist. Ich trau mich nicht, Karl zu benutzen, weil das Handy wirkt in meinem Kopf ein bisschen stärker hierfür. Ich vertraue immer der Statistik, oder? Ja, komm, ich mach's mal kurz. Ich mach jetzt mal kurz mit Karl. Und danach mach ich wieder mit's Handy, wenn es jetzt richtig schlecht läuft. Aber die Statistik, ich vertraue der Statistik. Das ist der Unterschied zur letzten Season. Letztes Season hab ich einfach so, ja, ich mag Penny, ich spiel mit Penny gemacht. Aber jetzt versuch ich wirklich, auf die Statistik zu achten und... von Jean, zwei Treffer zu kassieren. Ne, ein bisschen intelligenter zu spielen. Ein bisschen das Gehirn zu benutzen, so. Nicht treffen, nicht, nicht treffen, geil. Jetzt. Ich hab' nicht, ich hab' nicht, ich hab' nicht gekriegt, ich hab' nicht gekriegt, okay. Ich hab' jetzt mal super, das ist ein Schlag, das Schlag. Treff' ich? Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Läuft, das läuft ja richtig gut. Okay, hier kann ich, kann ich, kann ich? Kann ich nochmal? Es läuft ja richtig gut, Mann. Loll, ich bin schon bei 12. Wir haben gerade irgendwie 40 Sekunden gespielt, oder so. Ich regenerier's. Oh, Trottel, Trottel, ich bin Trottel. War jetzt aber auch der perfekte Start für mich. Aber es ist nicht für richtig, richtig gut. Karl, ist hier wirklich richtig krass, okay. Den ersten Platz werden wir nicht halten, wenn ich so weitermache. Ich muss noch schnell einen Kill machen, irgendwie. Der rechts, komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ja, so nicht, so nicht, so nicht. So vielleicht. Komm, Mann. Komm, Mann. Komm, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Komm, krieg ich noch? Ja, nur Out und Gold. 19, das kann schon der erste Platz sein. Ja, Mann, Statistiken. Mats, du, Mats, Hick, ich liebe dich. Loll. Komm, wenn ich jetzt mit 19 nicht erster werde, in dieser perfekten Runde. Das läuft wirklich richtig gut für mich gerade. Okay. Jetzt bin ich beide gedamaged, aber nicht gefinished. Das ist doof. Ja, drauf. Oh, nein. Komm. Nee, Zweiter. Zweiter. Also bitte lass nicht Tara Erster geworden sein. Nee, 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 nee. Mit 19 Zweiter werden. Mit 19 kannst du locker fünf. Ganz ehrlich, mit 19 gewinnst du von 20 Runden 18 Runden. Wie viel gibt das denn? Das gibt's. Plus 34. Ja, Mann. Das ist richtig gut. Nehme ich. Nehme ich top. Top, 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 top. Also dieses Season läuft einfach viel, viel besser. Und wirklich, dank der Statistiken. Okay, Jean hat gewonnen, ja. Ey, aber das passt zu der Statistik. Okay, ich bleib bei Karl, weil es lief unfassbar gut. Ich hab ja jetzt auch schon plus 56 gemacht. Das heißt, noch eine mittelmäßige Runde und wir wären echt ganz gut im Schnitt dabei eigentlich. Wär ich extrem cool damit, wenn es jetzt so läuft. Okay. Dritte Runde. Ah, aber ärgerlich, mit 19 nicht Erste geworden zu sein. Das Schwierige ist ja eh, das zu wiederholen. Treffer, ja, schön. Kein Treffer, ganz noch nicht. Okay. Diesmal, schön. Ich mein Super auch aufgeladen. Hab ich nicht getroffen, ne, Crow, okay. Ne, wieder ganz noch nicht getroffen. Krieg ich? Okay, ich war mir jetzt unsicher, weil ich keine Erfahrung hab, ob ich einen Leon killen kann mit einem Drehen, aber natürlich nicht. Natürlich, das war jetzt so einfach verschwendet, quasi. Okay, 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 okay. Oh, sie ist nach unten abgehauen, okay. Ich hab gedacht, sie haut nach oben ab, weil da unten war ja der Crow im Weg, aber sie ist so abgehauen im Grunde, dass sie einfach, dass ich sie nicht holen kann, okay. Das ist ein Crow ganz slow, ganz slow, ganz slow. Oh nein. Komm an. Ja, Mann, okay, geh hol's. Die Runde wird schlechter, die Runde wird schlechter. Aber. Ich könnte bestimmt auch wieder plus 20 rausholen. Ist noch nicht verloren. Ich hab meinen Super aufgeladen. Ich hab schon 5. Ich engage ihn mal. Komm. Ja, Mann. Wer, wer hockt denn da im Busch? Das ist ja komplett im, äh, komplett, also im Busch campen, find ich okay, wenn's ein sinnvoller Busch ist. Aber das ist ja im Busch komplett im Niemandsland gecampt. Aber ich glaub, auf dieser Map willst du in der Mitte sein, also du müsst an zwei so in der Mitte. Und dann die Gegner weg snacken und in die Mitte jumpen. Ja, läuft, läuft nicht gut gerade, läuft nicht gut. Läuft nicht gut. Ist ein sechster, aber ist... Oh. Ich bin auf Platz 336 und ich bin nicht ein mega krasser Spieler. Ich hab einfach wirklich auf Statistiken geachtet und mit Leuten aus dem Club gespielt. Ich werde auf 1000 kommen am Ende. Das wird richtig, richtig gut. Wir werden das hinkriegen. Und ja, äh, ich werde euch weiterhin Updates geben, welche Brawler stark sind in den einzelnen Modi. Und ich kann euch auch nur empfehlen. Nutzt auch die Statistiken, ist so einfach richtig stark. Dann würde ich mal sagen, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.